Oktav? Anwesend. Marguerite? Anwesend. Philipp? Anwesend. Sebastian? Weiß jemand, wo Sebastian ist? Nein! Komm schon, Belle! Das wird dir gefallen! Schon bald beginnt die Geschichte... Und los geht's! ...des kleinen Jungen... Ich bin nicht klein! Äh, des großen Jungen... Sebastian! Meine Nichte wird seit zwei Tagen vermisst. Sie sind unsere letzte Hoffnung, sie zu finden. Was ist das denn? Das ist ein Hund. Das ist kein Hund, das ist ein Monster. Sie beißt nicht. Nimm ihn bloß an die Leine, dein Grizzly. Jetzt gehen Sebastian und seine Freunde... Ich heiße Gabriela. Wo sind deine Eltern? Bei den Feuerrettern. ...auf eine aufregende Rettungsmission. Ich hatte noch nie ein Mädchen als Freund. Wer sagt dir, dass wir Freunde sind? ...eine Suche voller Geheimnisse... Niemand kann da hoch, das ist viel zu gefährlich. ...wird zum größten Abenteuer ihres Lebens. Und gehen los! Da geht's lang! Sebastian und die Feuerretter. Und jetzt und in der Zukunft habe ich das Sagen. Ist das klar? Ab 28. Januar in deinem Kino.